Dank des sauberen emissionslosen Antriebs ist die Nutzung der Elektromobilität ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und gelebter Klimaschutz. Ob als reines Elektroauto oder als Hybridtechnologie, Elektroantrieben gehört die Zukunft. Schüler der neuen Mittelschule Asbach hatten nun die Gelegenheit, ein Elektroauto live zu erleben. Heinz Sattleder von der Energie AG erklärt den Schülern, wie ein Elektroauto funktioniert, wie es geladen wird und wie weit man derzeit mit einer Akkufüllung, welche ca. 3 Euro kostet, fahren kann. Dass man über solche Ladestationen laden kann und dass eigentlich eh schon relativ viele Ladestationen in Österreich herum sind und dass man gerade 160 Kilometer fahren kann mit so einem Elektroauto und das eigentlich 8 Stunden zum Laden braucht. Dann ging es auf die Straße. Ja, eigentlich war es recht klasse, weil ich meine, du kriegst einfach gar nichts mit, dass du in einem Elektroauto sitzt. Du denkst ja einfach, ja, du sitzt einfach irgendwo und du fährst, aber du kriegst es gar nicht mit, dass du in deinem Auto sitzt, weil du hörst es ja eigentlich gar nicht. Für mich war es ganz klasse, weil du fährst ja nicht so oft, du hast selten die Chance, dass du da mal mal in mich fahren kannst und war schon recht klasse. In einem Punkt sind sich die Jungs derzeit noch einig. Aber für mich war es irgendwie nichts, weil ich möchte schon eher einen Sound hören für ein Auto oder so, weil ich möchte schon spüren, dass es schneller wird und so, aber nicht, dass es dann immer lauter summeln wird und so. Aber cool, das ist nicht so wie ein Sound auch. Aber auch für dieses Problem gibt es eine Lösung. Aber ich hatte eh gesagt, es gibt eh sicherlich keine Lautsprecher, dass du es einstellen kannst, welches Auto das du jetzt haben möchtest, weil dann ist es ein wenig besser. Und irgendwann wird es sicher cool sein, wenn die Autos nur mehr leise summen und keine Schadstoffe durch einen nicht vorhandenen Auspuff jagen. Glaube ich schon.